Meine Tochter ist 12 Jahre alt, wissen Sie das? Nehmen Sie das Scheißmaßnahmen, was Sie können! Sie können nicht die Hose machen, wie Sie wollen! Sie haben absolute Schuld auf sich! Schatten über Sie! Irgendwann muss der Brust raus! Sie hören sich doch schön! Gehorsam ist kein Ausreder! Sie haben eine Entscheidungsmöglichkeit! Sie können remonstrieren! Sie müssen doch nichts tun! Und wenn Sie noch jemand zeigen, dann ist das ganz schlimmer! Ich habe einen Sinn Sinn! Und die Volk wollte dich jede Nacht! Sie wurden aller Möcker auf sich! Sie können nicht die Investitionen sein! Schande! Das darfst du schiefst, haben die nicht in Ordnung her! Ich bin das Recht für mich hier! Ich habe den Wagen mit Senden ganz sicher! Haben die, haben die nicht! Da war die! Und da kommt dann der Bus vor ein Glaso! PASCHISMUS! Das ist nur noch kein Achtung, liebe Kinder! PASCHISMUS!